Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich verrate dir heute drei Typen, die sich auf keinen Fall mit Esoterik beschäftigen sollten. Also dranbleiben! Herzlich Willkommen! Ich bin Oliver Erini aus dem wunderschönen Linz, Astrologe und Energetiker und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich komme heute mit drei Menschentypen zu dir, die sich auf keinen Fall mit Esoterik oder Energetik auseinandersetzen sollten. Das klingt jetzt vielleicht etwas kontraproduktiv zu dem, was ich mache, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einmal ehrlich und offen auch darüber redet, für wen die ganze feinstoffliche Welt eigentlich nicht geeignet ist. Ich möchte damit sicher niemanden vor den Kopf stoßen und dich auch nicht. Es ist mir auch klar, dass es ein kontroverses Thema ist, aber ich habe das Gefühl, das wird viel zu wenig behandelt, weil oft einmal in der Esoterik- oder Energetik-Szene, da glaubt man immer, ja, das ist ja für alle, weil das ist ja eigentlich, beschäftigt sich mit dem Wesen des Menschen und das ist einfach für alle wunderbar geeignet. Aber ich möchte eben drei Typen ansprechen, für die ich es absolut nicht geeignet halte. Eigentlich sind es vier Menschentypen, aber da komme ich dann später dazu. Typ Nummer eins, der sich auf keinen Fall mit Esoterik oder Energetik beschäftigen sollte, da fasse ich jetzt einfach einmal pauschal zusammen, Leute, die mit dem eigenen Leben nicht klarkommen und zwar mit dem konkret messbaren Leben. Das heißt, Leute, die sich sozial schwer tun, Leute, die finanziell nicht zusammenkommen, Leute, die im Job womöglich Probleme haben oder keinen Job finden, Leute, die nicht gut im Leben stehen. Das heißt, Leute, die generell nicht gut verwurzelt sind, die nicht so gut klarkommen im Leben, die sollten sich eher mal nicht mit der Esoterik oder Energetik beschäftigen, sich einen tollen Job wünschen oder etwas, keine Ahnung, einen Engel befragen, wie der jetzt am besten hilft, sondern die sollten einfach mal anfangen, ganz konkret das Leben zu klären. Ich habe irrsinnig viele Leute da, die eigentlich einen Besuch bei der Schuldnerberatung bräuchten und sicher nicht beim Energetiker. Und das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt. Also Energetik ist jetzt nicht dazu da, dass es einen Ernährungsberater ersetzt, dass es einen Psychiater ersetzt oder dass es einen Doktor ersetzt. Auch wenn man sagt, ja, man kann sich alles natürlich auf die energetische Ebene anschauen, aber wichtig ist, dass das Konkrete einmal halbwegs unter Kontrolle ist und dass man sich da sicher fühlt. Das heißt, einen geregelten Alltag hat, dass die Wohnung vielleicht sauber ist, dass sich nicht irgendwo Rechnungen stapeln und ich gerade eine Vogelstrauß-Taktik habe, um dem Bankberater irgendwie abzuwimmeln. Also da bitte aufpassen, denn da wird dir die geistige Welt nicht helfen. Warum? Weil es dann eher eine Weltenflucht ist. Also Achtung, Esoterik-Energetik ist keine Weltenflucht und du wirst nicht das ideale Paradies finden, wo dann alles Materielle nichts zählt, wo der Körper egal ist, wo die Finanzen egal sind. Denn das ist ein Teil dieses Spiels hier auf Erden und alles andere wäre Weltenflucht. Ich sage nicht, dass das dann das Wichtigste auf der Welt ist, bitte, aber komm mit deinem Leben klar, bevor du mit den Engeln sprichst. Wäre eine Faustregel. Das heißt, Wurzelschakra-Materie sollte eigentlich gemeistert sein. Ist auch die erste Stufe im Chakren-System, kann man mal drüber nachdenken. Punkt zwei, Typ zwei, der sich nicht mit der Energetik oder Esoterik beschäftigen sollte, sind Leute, die Probleme mit der Lebenslust, mit der Lebensfreude haben. Das ist so die nächste Stufe. Wenn man sagt, Wurzelschakra ist nicht gemeistert und dann habe ich aber keine Freude, keine Leichtigkeit, keine Lebenslust wirklich. Das heißt, ich finde nichts, das mich hier wirklich reizt, das mich hier wirklich inspiriert, mit dem ich mich hier wirklich beschäftige. Mit hier meine ich unsere Realität, das Konkrete. Dann ist das auch sehr bedenklich, wenn du anfängst mit Esoterik oder Energetik, weil das auch wieder wie bei Typ 1 eine Weltenflucht sein kann. Weil man dann sagt, ja, die Freude, die Liebe, das finde ich dann alles im Feinstofflichen, aber ich habe es in meinem konkreten Leben nicht. Das heißt, schau, dass du Lebenslust, Lebensfreude zuerst einmal hast. Das nächste ist auch noch, wenn du da viel meditierst mit einfach einem Widerstand auch zum Leben hin, dann kann es sein, man kann sich das so vorstellen, man meditiert, das Energiefeld geht höher, höher rauf und ich habe aber eh schon keinen Bock hier zu sein, dann kann es sein, dass sich das Feld auch, wenn man das öfter macht, nicht mehr gut reinsetzt. Das heißt, ich bin eigentlich dann noch verwirrter oder noch unlustiger, als ich vorher gewesen bin. Darum würde ich auch empfehlen, bitte check, dass du hier eine Freude hast. Also komm klar mit deinem materiellen Leben und hab eine Freude. Das sind so diese zwei Merkmale. Mein Typ Nummer 3, der sich nicht mit Esoterik und Energetik beschäftigen sollte, ist jemand, der sich hier nicht geliebt fühlt oder der zu wenig Liebe zum Leben hat. Ist dasselbe wie bei Punkt 2. Es geht auch darum, dass man dann in das Esoterische flüchtet und es ist verdammt leicht, einen Engel, einen Geistführer, ein höheres Selbst zu lieben, aber es ist schwierig, mit den Nachbarn klarzukommen oder mit dem Partner. Und deshalb ist es eben wichtig, hier auch diese Weichheit, diese Liebe, diese Offenheit zum Leben zu spüren. Denn dann kann man sich eigentlich da gut reinfallen lassen, auch in das Energetische und man kriegt einfach eine neue Komponente ins Leben dazu. Und das bereichert dann das Leben auch irrsinnig. Also das sind so meine drei Typen, die ich warnen würde, in das Energetische abzutauchen. Mein vierter Typ, der Bonus-Typ, ist eigentlich noch generell Minderjährige. Das heißt, es sollten Minderjährige nicht mit dieser Materie konfrontiert werden. Denn Mysterientraditionen, Esoterik, Energetik ist etwas für Erwachsene, gebildete Menschen, die einen Erwachsenenintellekt ausgebildet haben. Und wenn du selber dann auch noch dazu neigst, kindisch zu sein, unreif zu sein und glaubst, alles sind deine imaginären Freunde, die herumrennen, dann gehst du da in die Irre und ein Kind verwirrt es noch mehr. Und ich habe das so oft erlebt, dass Kinder von Klientinnen oder Klienten, die dann sehr auf diese energetische Welle aufhüpfen, dass die dann eigentlich anfangen, die Eltern an der Nase herumzuführen, weil die sagen, schau, ich sehe da was. Und die Eltern gleich, oh, du bist jetzt auch hellsichtig und das ist wunderbar und das ist die tolle Intuition, aber in Wirklichkeit werden sie vom eigenen Kind verarscht oder an der Nase herumgeführt, sagen wir es netter. Und deshalb halte ich es auch für wichtig, Kinder grundsätzlich von dieser Materie mit Meditation, Spiritualität und diesen Glaubensbildern einfach fernzuhalten. Da noch eine kurze Anmerkung. Wir sind in einer christlichen Gesellschaft groß gewachsen, zumindest hier in der westlichen Welt. Und es gibt da gewisse traditionelle Religionen. Und wenn man die dann gleich verteufelt und sagt, na, das ist ja das Schlechte, das ist das Langweilige, in Wirklichkeit ist ja nur Spiritualität gut. Und dann versäumt man oft einmal einen Anker, den auch Kinder im Leben haben. Denn ich kann jetzt aus meiner Erfahrung reden, zum Beispiel das Christentum und auch der christliche Glaube. Ich bin jetzt kein Christ mehr, aber ich bin in dem aufgewachsen. Das Christentum und der christliche Glaube hat mich damals auch an diese Mystik herangeführt. Natürlich habe ich dann ums Eck gedacht und bin dann so auf diese Mystik gekommen. Aber letzten Endes hat mich das alles daran erinnert, dass es mehr gibt, als ich mit den Augen sehen kann. Und das ist eigentlich das Schöne und das Wunderbare auch an den institutionalisierten Religionen. Also nicht gleich alles verteufeln und Kinder fernhalten von der Energetik, von der Esoterik. Ich kann natürlich sehr wohl über die Erwachsenen mit Kindern arbeiten oder Familienaufstellungen machen, aber ich finde eben, die Kinder sollten da nicht dabei sein. Das jetzt nur nochmal am Rande. Gut. Wie gesagt, das Video ist nicht dazu gedacht, irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen, sondern es ist ein ernst gemeinter Wunsch und ein Herzenswunsch eigentlich von mir, dass das einmal gesagt ist und dass das klargestellt wird, weil es da meines Erachtens nach viel zu viel Verwirrung gibt und weil man sich das auch sparen kann. Für mich ist Energetik, Esoterik eine wundervolle Bereicherung. Und ich habe sehr jung damit begonnen. Aber der Unterschied ist eben, ich hatte einen geregelten Arbeitsalltag. Ich war Geschäftsführer. Ich musste dort sein. Ich hatte Verantwortung für Mitarbeiter. Ich hatte Verantwortung für ein Geschäft. Ich hatte ein geregeltes Leben. Und in meiner Freizeit habe ich mich damit beschäftigt. Das heißt, mein Fundament war schon gegeben. Wenn ich jetzt einfach losmeditiert hätte, irgendwann im Studentenheim oder mir gedacht hätte, ja, hurra, da gehe ich jetzt irgendwo rauf, dann hätte ich wahrscheinlich nie richtig Fuß fassen können. Das heißt, fang am Fuß an, fang auf der Erde an, hab Freude daran, hab ein gesundes soziales Leben, hab alles im Griff und dann bitte beschäftig dich damit. Denn es gibt nichts Befriedigerendes, Versichernderes, Schöneres als die Energetik und die Esoterik letzten Endes. Gut, ich sage danke fürs Zuhören. Lass mir einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal. Wenn du eine Frage hast oder ein Thema, schreib es mir in die Kommentare. Ich lese es und mache gern mal ein Video drüber. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz mit Energetik, die wirkt. Alles Gute. Tschüss, bis nächstes Mal.